FH Space! FH Space! FH Space! FH Space! FH Space! FH Space! Wahnsinn! Was macht ihr hier? Oh Gott, ist das ein wunderbarer Tag! Danke lieber Gott! So, wir befinden uns auf dem Weg zum Headquarter von FH Space. Laut Angaben sollte es sich hier in der Nähe befinden. Wollt ihr mal schauen, ob wir FH Space hier finden? So, nein, ich gehe nach oben. Hinter den Kulissen von FH Space. Bei unseren streng geheimen Ermittlungen stießen wir auf den Hochsicherheitstrakt von FH Space. Hier werden die Betriebsgeheimnisse beschlossen. Ihr seid auch von FH Space, was macht ihr hier? Was für Aufgaben erledigt ihr? Also hier, ich bin Projektleiter dieser ganzen Sache, dieser FH Space Sache hier. Und wie man sieht, ich bin hauptsächlich anwesend im Büro und versuche die Aufgaben ein bisschen zu verteilen. Hallo, darfst du dich kurz interviewen? Ja, guck mal auf, ich habe einen Termin. Okay. Was filmt ihr hier? Was ist euer Aufgabengebiet? Wir sind von oben nach dem. Ihr seht ihr da auf unsere coolen Label. Oder auf den Backen. Oder da, auf unserem Weißhaus. Wie kommst du jetzt als Elektroniker? Ich arbeite da. Was machst du? Ich bin Medientechniker. Für was? Wir unterstützen das FH Space Team. Ihr unterstützt FH Space. Woher seid ihr genau? Wir kommen von der Fachhochschule St. Költen. Ich komme aus Bad Veslauch. Und ja, arbeiten hier im Rahmen einer Sozialforschung auf der ASE Elektroniker. Danke. Sehr heiß hier, sehr anstrengend? Ja, es geht noch, aber es wird langsam eine Sauna. Erzeugst du den Strom für den Ventilator selber? Ja genau, den erzeug jetzt selber. Okay, wenn du nicht fahren darfst, brauchen sie den Ventilator auch nicht? Nein, brauchen die nicht. Hallo. Ja hallo. Bist du klein? Auch schon bei ASE Elektroniker in dem Alter? Ja. Ja hallo. Nada. guele. Ja, ich denke jetzt. Du bist noch schwanger inige Mama. Da haben keine Schwback gehabt. Du bist noch zu sehen. Aber Linson das sowas Hawai дети. Du bist noch was. Scherz dich noch ruhig? Die Nacht.